So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des FS1 Klangbilds hier im FS1 Studio. Bei mir ist jetzt zugeschaltet ein Äffchen und Craigs. Vielleicht kurz zum differenzieren, wer ist Äffchen und wer ist Craigs? Äffchen, Craigs. Servus, grüß. Dann kommen wir gleich zum Bandnamen, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Gibt es da eine Story hinter dem Bandnamen? Äffchen ist ein bisschen unkonventionell, sagen wir mal. Ja, es gibt wie bei jeder Band so viele Versionen der Bandnamenentstehung wie es Mitglieder gibt, in unserem Fall zwar. Meine Version ist, der Stefan kommt in den Raum und weil ich witzig sein wollte, habe ich gesagt, Äffchen, weil es ja ganz ähnlich klingt wie Stefan. Und er hat ganz spontan gesagt, Craigs. Und dann haben wir gesagt, eigentlich sollte man sofort eine Band machen, die so heißt. Ja, meine Version ist ähnlich spannend. In einer Pause von einer Probe von einer Band, wo wir auch gemeinsam spielen, komme ich aus und sage, Craigs, fahr den Wagen vor. Und der Christoph sagt, alles klar Äffchen. Und dann haben wir beschlossen, wir müssen eine Band machen. Passt. Wann sind die Storys ungefähr entstanden oder so? Seit wann gibt es euch denn schon in der Besetzung? Ja, erstaunlicherweise gibt es uns, zumindest am Papier, schon extrem lange. 2009 war das ungefähr. Man muss aber dazu sagen, dass wir 2009 dann, ja, das war mehr so ein Gaudi-Projekt, so ein Side-Projekt eigentlich von dieser anderen Band, die übrigens Frank den Berg heißt. Und da haben wir mal vier, fünf Nummern gemacht, haben sogar zweimal dann live gespielt. Aber dann ist sieben Jahre quasi nichts passiert. Man hat sich halt einmal im Jahr getroffen und hat ein bisschen Spaß gemacht und ein bisschen was aufgenommen. Aber irgendwann nach sieben Jahren, wo wir dann übrigens, in denen wir nicht auftreten sind, sind wir draufgekommen, ey, schon lange hätten wir eigentlich ein Album. Das war dann ungefähr 2017, wo wir dann gesagt haben, eigentlich könnten wir es jetzt ernst nehmen und haben dann ein Album rausgebracht. Und seitdem sind wir hochprofessionell unterwegs. Also so ungefähr seit vier Jahren plus minus sonstiges. Wie, also ihr seid, so wie ich das gelesen habe, ihr seid mit Synth und Drums sind ja quasi unterwegs und noch Vocals dazu, oder? Also quasi Synth, Drums und Vocals. Ja, genau. So kann man sagen. Macht sie mit den Synths, sage ich mal, nur elektrische Musik oder spielt sie da auch andere Instrumente, so jetzt sage ich mal, vom Klang her ein? Oder hat das mehr so ein 80er, 90er Elektromusic-Flair? Ja, es geht eher in die letztere Richtung, glaube ich, musikalisch, ja. Wir haben ja beim ersten Album noch einen Gitarristen dabei gehabt, der zumindest live noch zu hören ist, aber ansonsten ist eigentlich alles elektronisch produziert, das zeigt sich ja. Und was gibt es bis jetzt so an Musik, weil wir haben jetzt quasi am 17.9. ist euer Album rausgekommen, reden wir dann nachher davon. Dann hast du jetzt noch anderes Album angesprochen. Was gibt es sonst jetzt noch für Musik von euch? Was gibt es da schon? Naja, von uns, von Äffchen und Cracks gibt es die zwei Alben jetzt. Mehr gibt es nicht. Außer das Zettel, den wir haben jetzt für den nächsten. Habe ich schon vorweg gemacht. Na, und wie viele Songs sind es ungefähr? Was würdest du sagen? Plus, minus 10, 15, 20? Also es sind eigentlich, also auf Platte gepresst, sind genau 22 Songs. Es gibt nur einen Song, der auf einem Sample erschienen ist. Das wäre überhaupt die erste Veröffentlichung, aber die verheimlichen auch, weil er mittlerweile sehr peinlich ist. Und es gibt jetzt nur zwei, drei Songs, die eben schon wieder in der Mache sind sozusagen. Aber genau, wenn wir unser ganzes Set spielen würden, dann wären wir jetzt schon auf zwei Stunden wahrscheinlich. Machen wir aber nicht. Ich muss das einfach direkt auswendig lernen, dass ich Freitag kann. Das habe ich jetzt noch gar nicht gefragt. Wer ist Synth, wer ist Drums, wer ist Vocals? Beide? Ich mache Musik und eher rappt. Also es gibt keine Instrumente, außer das Mikrofon. Bis dato ist die Rollenaufteilung total klar. Also Musik, Cracks, Sprache, Äffchen. Es gibt aber Überlegungen, dass man diese starre Rollenverteilung ein bisschen aufweicht. Und unter anderem wird es vielleicht dazu führen, dass ich meine Faulheit überwinde und Instrumente spüle neben dem Rappen und zum Beispiel mal in ein Didgeridoo-Anyplus oder so. Aber who knows what comes? Apropos what comes, wie schaut es dann aus mit Live-Auftritten? Sowas ist ja auch noch irgendwo am Bilde, oder? Oder ist das jetzt nur alles auf der Platte bei euch? Nein, das ist sogar das Hauptaugenmerk. Also wir wollen auf jeden Fall sehr viel live spielen. Ja, genau. Und wir haben jetzt im Vorfeld der Platte und als Platten-Release-Show das, ich glaube fünf, sechs Mal gespielt, was großartig war. Meistens. Jetzt gerade wahrscheinlich auch Corona-bedingt schaut es ein bisschen düster aus, aber wir arbeiten daran, dass wir auch in eure Stadt kommen. Da gibt es ja ein paar Läuter, wo man schon in die Richtung Musik dann auch geht, wo sich das sicherlich erlöhnt. Ähm, Album extrem lieb, so hat mich mein Mann auch früher da genannt, jetzt schau mich heiz oder go. 17.9. ist das rausgekommen. Wie groß ist jetzt die Platte? Das sind jetzt nicht die 22 Songs, aber wie viel habt ihr jetzt da reinpackt? Da sind zehn Songs drauf, ohne die ganz kurzen Varianten, die wir am ersten Album gehabt haben. Also zehn vollwertige Songs sozusagen, was angesichts der Qualität wie 35 wirkt. Und was ist so das Thema von der Platte? Was ist jetzt da, worum geht es da quasi in dem Album? Hat es so einen stringenten roten Faden oder ist es einfach die letzten Produktionen jetzt quasi in einer, wie sagt man, in einer Form gegossen? Also es ist sicher kein Konzeptalbum. Es gibt jetzt nicht ein Thema, das da durchdekliniert wird. Auf der ersten Platte war man noch sehr unterwegs Richtung Hip-Hop-Persiflade. Und deswegen, weil ich halt Hip-Hop wahnsinnig gerne über sich selber reden, haben wir die Hälfte des Albums damit verbracht, über uns selber zu reden und das entweder satirisch in den Himmel zu preisen oder halt zu dissen. Das ist beim zweiten Album jetzt, weil es uns einfach schon ein bisschen fad geworden ist, quasi nicht mehr davor. Also es gibt eigentlich noch eine Nummer, die quasi so ein bisschen representanter ist. Und alles andere ist sehr bunt gemischt. Es gibt schon politische Einsprenzl, aber ansonsten die Nummern, da geht es manchmal um Bananen. Und manchmal geht es um... Ah, jetzt bist du gerade kurz wieder weg. Sonst zum Beispiel. Ah, jetzt glaube ich, geht es wieder. Ja. Ja, ja, ja. Passt. Kannst du nur noch das letzte nochmal kurz wiederholen, weil das ist ein bisschen untergegangen. Also auf der neuen Platte reden wir aber kaum über uns selbst. Da gibt es noch eine Nummer, die ein bisschen representanter ist. Und der Rest ist bunt gemischt. Also es gibt sozusagen zumindest subtile politische Botschaften, aber hauptsächlich lebt die Platte zumindest oberflächlich betrachtet von Witz. Das kann total dadaistisch sein und manchmal auch ein bisschen feingeschliffener oder konkreter. Und manchmal geht es um Bananen und manchmal geht es um das Gimpfte, das einem aufzieht und, und, und. Und wie kann man sich das dann musikalisch vorstellen? In welche, sage ich mal, Richtung, wie man es jetzt beschreiben möchte, kann man sich das ungefähr vorstellen? Oder ist das alles, sage ich mal, in einem ähnlichen Konzept? Na ja, es ist, ich weiß nicht, da rede ich jetzt über mein eigenes Schaffen. Es ist schon relativ bunt, aber es zeigt sich die gleiche Richtung in Richtung 80er-Jahr-Sound irgendwie, oder 90er-Jahr, 80er-Jahr-Sound, so irgendwie Sinti-Pop-Rock. Ein paar Mal haben wir auch probiert, dass wir irgendwie wie eine Metal-Band klingen. Wie funktioniert das mit Elektronik-Musik? Oder mehr von der Stimme her? Zum Rundgrün. Wie meinst du jetzt, wie funktioniert es? Ich meine, also bei Metal, sage ich mal, normalerweise, kenne ich es jetzt, sage ich mal, eher so, der Frontband grölt halt meistens umeinander, also, oder hat eine kräftige Stimme, weiß nicht, wenn du jetzt vom Hip-Hop kommst, dann zum Metal, was verstehst du darunter? Äh, weil alles Schlagzeug und, und fette Gitarren. Das haben wir eigentlich in der Nacht zum Bahn. Und, äh, der Stefan, das F-Hin hat das dann, äh, sehr gekannt, gebrochen, indem er in der Reim an sich gibt. Zum Spiel nochmal ganz kurz, äh, da wiederhole ich mal gern, was, was Bül Arns einmal über uns gesagt hat, äh, der hat uns einmal wer beschrieben als im Dreieck von Texter, König Leopold und Adwenger, und ich finde das bis heute eigentlich recht passend. Also, es ist schon natürlich Hip-Hop, aber es, ähm, ist ein Sprechgesang in, eben in einer Adwenger-Richtung, sehr frei, oft spoken word-mäßig, und von der Soundästhetik, äh, wir kommen beide auch ein bisschen aus der Improvisationsecke, hat es doch auch ein bisschen was mit Bands, wie unter anderem König Leopold zum Teil. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber mittlerweile gibt es ja Referenzen in Rezensionen, äh, von Bodycount bis zu... Das letzte habe ich nicht gehört, bis gerade wieder ein bisschen... Ich glaube, jetzt seid ihr wieder da. Ich glaube, bei euch fährt vielleicht immer eine Straßenbahn vorbei, die blockiert Signal, so ganz kurz. Ich meine, es ist irgendwie so periodisch, aber ist egal. Vielleicht kannst du mir das letzte ganz kurz wiederholen. Ich glaube, in Pro, in die Richtung waren wir kurz, das habe ich noch gehört. Also, ein Mensch bei Ö1 hat uns einmal beschrieben, er ist befindlich im Dreieck von Texta, weil, ja, Texta steht für Hip-Hop, und wir sind schon ein bisschen Hip-Hop, aber eben nicht nur. Wir sind, wir sind, wir setzen ein Rhythmik und Sprachgesang ähnlich wie die Adwinger teilweise ein und haben von der Soundesthetik, auch weil wir ein bisschen aus der Improvisation kommen, oft Anleihen oder Ähnlichkeiten mit Bands wie König Leopold. Ja, wie gesagt, diese Verordneten, die referieren, um uns zu beschreiben, auf Acts wie Heino, Chair oder Bodycount, also es ist sehr bunt gemischt und regt offenbar die Fantasie an. Und wenn ihr jetzt sagt, das Album, stellt sich das noch irgendwo vor, auftrittsmäßig oder so, ist da was in der nächsten Zeit geplant? Ja, in der nächsten Zeit eben leider nicht, weil die Planung gerade recht schwierig ist, also, wir sind jetzt auch noch nicht so etabliert, dass wir sagen, da kommen einfach 500 Leute und dann ist der Abend gerizt und deswegen ist die Planung ein bisschen schwierig, aber wir wollen das auf jeden Fall noch sehr oft live spielen, also, das Album ist ja gerade einmal draußen. Ist ja noch nicht einmal im Monat, also, das hat man ja noch Zeit, so dauert normalerweise nicht mehr ein bisschen länger. Ja, dann reden wir da ganz kurz über Banane, das Musikvideo, habe ich mir aber letztens angeschaut, ist wirklich ein bisschen Banane. Was ist da die Idee dahinter, wie heißt das Thema, mit dem Greenscreen und so, am Autofahren? Nackt, aber jetzt sind es ein bisschen so ein Nightrader-Thema. Und dann war irgendwie die Idee, ja, machen wir ein Autovideo. Wir haben eh ein schönes Auto und dann machen wir ein Video damit. Was ist das für ein Auto, wenn ich fragen darf? Das ist ganz witzig, so richtig so alt. Da gibt es noch Knöpfe und sowas. Ja, das ist schon eigentlich alt, ja, das ist jetzt 26 Jahre alt, eine Volvo 850. Okay, bin ich noch ein bisschen älter, aber nicht schlecht, okay? Das ist schon noch einiges. Ja, das ist ein, wie sagt man, Youngtimer. Das ist ein Oldtimer, der... Und das, was wir dann eigentlich... Naja, den Kinderfernseerschmäh wollten wir halt ein bisschen in das Video einbauen. Und das funktioniert im Auto natürlich sehr gut, weil den Feuer kann man immer gut nerven, weil er kann sich eh nicht wehren. Ganz schlimmes Licht hinten einschalten, weil das blendet natürlich extrem, da macht man immer einen kleinen Unfall. Ist ganz cool mit dem Greenscreen und so, aber warum Banane? Was ist da so der Catch dahinter? Ich meine, ich liebe Bananen. Wie schaut es bei euch aus? Naja, es gibt ja dieses Kinderspiel, mit dem wir halt da ganz viel arbeiten in diesem Song, dass Kinder sagen zueinander eben oft solche Sachen wie, sag einmal Banane, dann sagt das andere Kind Banane und dann sagt man, das ist eine nackerte Dame oder sag einmal Fabrik, Fabrik, das ist tausend Meter dick. Und das ist relativ ein bekanntes Spiel und das haben wir halt in Songform gegossen und bei uns sind es halt auch Wörter wie Metaphysik, Wittgenstein oder Mike Tyson. Genau, und das ist eigentlich die ganze Grundidee von diesem Lied. Also quasi einfach ein bisschen eine Persiflage und ein bisschen zurückschmissen, weil du eingeschaut hast, Elektromusik, 80er und so, Kinder, die sie damals gekocht haben, weil ich meine, die Kinder heute so da glauben, machen das nicht mehr so, oder? Diese Gen Z und so, die sind ein bisschen... Aber nein doch, also wer, der schmeckte nackerte Dame, den gibt es immer noch. Aha, okay. Also, bei uns bei Eltern, ich habe schon gesagt, die Nummer kommt bei der ähnere Kinderrechte, aber den schmeckieren sie noch irgendwie oder kennen sie wieder. Und wie viele Bananen... In Salzburg ist es nicht so geläuftet. In Salzburg ist es offenbar nicht mehr so geläuftet. Gut, ich komme eher aus Bayern, aber ich bin, glaube ich, eh schon aus dem Alter raus, glaube ich. Aber vielleicht überlege ich mir das wieder. Das ist ein guter Schmäh, eigentlich. Schreiben wir mal wieder die Nummer ein. Nur eine kurze Frage. Wie viele Bananen sind so während der Produktion draufgegangen? Oder waren die alle digital? Sehr wenige, eigentlich, glaube ich. Ich glaube, weil eigentlich die Bananen haben wir nicht am Set gehabt. Ich glaube, wir haben zur Sicherheit... Wir sind ja immer beim Videodreh, wir halten uns recht offen und sind sehr spontaner und nehmen dann oft Ideen, die im Moment kommen, ins Konzept mit rein. Und ich glaube, dass wir tatsächlich vier, fünf Bananen mitgehabt haben, aber nur als Backup, falls uns etwas einfällt. Aber ich glaube, es kommt im Video, glaube ich, überhaupt keine echte Banane vor. Alles virtuell. Ja, gut, aber wenn wir seine 20, 21, ist jetzt ja virtuell zugeschaltet, machen wir alles virtuell. Das ist ja eh Status Quo, sozusagen. Wo kriegt man denn euer Album, sozusagen, eigentlich? Bevor wir jetzt noch auf die nächsten Fragen zukommen, wo kriegt man euer Album eigentlich? Weil du gesagt hast, Platten, presst ihr das noch Vinyl oder in einer CD? Nein, das ist Vinyl, genau. Weil irgendwie... CD ist... Es gab mir sowieso relativ wenig Leute, nur mehr Tonträger und wenn man dann einen Tonträger macht, kann man schon irgendwie auch das edle Ding auszuhauen. Also dann sind wir beide selber Vinyl-Fans irgendwie oder halt dem Recht zugeneigt, dem Medium. Erhältlich ist es bis dato noch auf dem Online-Shop, weil wir ja jetzt da nicht viel umeinander kommen in nächster Zeit. Aber da kann man ja vielleicht dann irgendwie noch einen Link einfügen oder so, den gehen wir eigentlich dann noch. Also im Online-Shop unseres Labels namens O-Tone Records. Und ansonsten natürlich auf allen einschlägigen Streaming-Plattformen, Spotify, Apple Music und so weiter und so fort. Okay, also... Vier verfilmte Nummern aus dem Album. Banane, Faust, die anderen zwei weiß ich jetzt nicht mehr, aber da habe ich dann schon einiges gesehen. Was ist da noch sonst oben? Hitstorm und Canale Grande gibt es noch. Ah, Canale Grande, dann war es das genau. Hat so einen catchy Name gehabt. Okay, also die Vinyl, das ist ja eh seit zehn Jahren quasi retro, so gefühlt zehn Jahre, kommt das ja wieder zurück. Das ist ja immer irgendwie, weil CD, ja, wie du gesagt hast, kauft eh fast keiner mehr oder wenige. Vinyl ist einfach nochmal irgendwie was, wie sagt man, ein bisschen greifbarer. Man braucht auch nicht viel mehr Platz. Das war es eigentlich von meiner Seite. Habt ihr noch vielleicht irgendwie Anekdote oder so von Auftritte, sonst irgendwie Produktion in Studio oder so, irgendwas? Sagt ihr, das müssen wir jetzt unbedingt noch bringen? Ja, das ist eine sehr offene Frage. Das hätte man im Vorgespräch abklären müssen, aber wir können nicht spontan witzig sein. Das ist unmöglich. Ja gut, dann vielleicht beim nächsten Mal. Es ist ja auch nicht so wichtig, ich meine, aber hauptsache, dass ihr dann am besten irgendwann einmal nach Salzburg gekommen habt. Das wäre ganz witzig. Ansonsten schauen wir mal, was sich für die nächste Zeit für euch ergibt. Wäre natürlich cool, wenn man das irgendwie auf einer Bühne erleben würde. Aber dann würde ich sagen, jetzt freuen wir uns mal aufs Album und schauen wir uns das mal an. Dann sage ich auf jeden Fall Danke für das Kommen und bis zum nächsten Mal. Mille Grazie. Dankeschön. Tschau. Tschau. Ich sag niemals Banane, ich sag niemals Fabrik. Ich gebe kaum mehr Antwort, denn es ist vielleicht ein Dreck. Quacks, sag einmal Narzissen. Narzissen, hast du das Gnackt verrissen? Quacks, sag einmal Schläumschlacht. Schläumschlacht, bis beim Tierstock zusammengeracht. Quacks, sag einmal Zuckerwatt. Zuckerwatt, brauchst du immer noch in der Unterflag? Quacks, sag einmal Noriaki Kasai. Noriaki Kasai. Ich sag niemals Banane, ich sag niemals Fabrik. Ich gebe kaum mehr Antwort, denn es ist vielleicht ein Dreck. Quacks, wie naiv kann man sein, wenn ich dich sagen lasse Düsenjet. Natürlich bist du schon nach einer Hüsenfett. Und wenn ich dich sagen lasse Wittgenstein, was glaubst du, was ich dann sag? Vielleicht, du sollst immer glücklich sein? Traum weiter, aber ich gebe dir jetzt einen Tipp. Ich bladert, weil ich so ein guter Lodge bin. Für die aus dem Neukasterl. Ich sag niemals Banane, ich sag niemals Fabrik. Ich gebe kaum mehr Antwort, denn es ist vielleicht ein Dreck. Vor sie bin quasi alleine, aufweichern Senf, gebe ich kein Fick. Ich bin an doch gar ne Dame und tausend Meter dicht. Untertitelung des ZDF, 2020